Hannes Jenicke ist ein deutsch-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, Autor und Umweltaktivist. Leben Hannes Jenicke ist der Bruder des Malers Alexander Kelfelli. Seine Eltern, Agathe Jenicke und Rainer Jenicke, zogen mit den Kindern aus Deutschland in die Vereinigten Staaten, wo Hannes Jenicke einen Teil seiner Kindheit in der Stadt Pittsburgh verbrachte, an deren Universität sein Vater einen Forschungsauftrag hatte. 1969 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Jenicke hat auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. In Regensburg besuchte er das Albertus Magnus Gymnasium und das Albrecht Altdorfer Gymnasium, dort machte er auch sein Abitur. Seine Schauspielausbildung absolvierte er von 1979 bis 1982 am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ist Jenicke als Drehbuchautor und Sprecher von diversen Hörbüchern aktiv. Außerdem gewann er ein Drehbuchstipendium in den USA. Hannes Jenicke ist in zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen zu sehen. In der amerikanischen Serie Highlander – The Raven verkörperte er die Rolle des Bert Meyers. Im Februar 2011 nahm er an der SAT. Eins Produktion Winterspiele – Der Stars teil. Zudem führte Jenicke durch die Dokumentation Bruno – Der Bär ohne Pass, die im April 2013 erst ausgestrahlt wurde. Von 1999 bis 2001 war Jenicke mit seiner Frau Nicole verheiratet, danach bis 2008 mit der Schauspielerin Tina Bordin liiert. Von 2010 bis 2016 war er mit einer Naturwissenschaftlerin zusammen. Jenicke lebt am Ammersee und in Los Angeles-Pazifik Palisades. Engagement Hannes Jenicke engagiert sich für den Tier- und Umweltschutz, unter anderem für den Schutz der Orang-Utans auf Borneo. In Zusammenarbeit mit dem ZDF drehte er Dokumentationen über das Leben gefährdeter Tierarten wie Orang-Utans, Eisbären und Haie. Für die Sendung im Einsatz für Haie wurde er am 23. Januar 2010 von der Haischutzorganisation Shark Project zum Shark Guardian of the Year 2010 gekürt. Außerdem engagiert er sich für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und für die Christoffel-Blinden-Mission. Die FAZ und der Spiegel verrissen sein im September 2010 erschienenes Buch Wut allein reicht nicht. Wie wir die Erde vor uns schützen können. Die FAZ bezeichnete Jenicke in der Überschrift als »Vielflieger gegen den Klimawandel«. Der Spiegel schrieb, es ist ein einfaches Buch, es teilt die Welt in Gut und Böse, und seine Leser möchten zu den Guten gehören, sie sind gegen die da oben, und den Hannes Jenicke kennen sie aus der Glotze. Jenicke wies den Vorwurf der Vielfliegerei mit dem Argument zurück, Flüge verursachten nur 3% des jährlichen CO2-Ausstoßes. Seit Januar 2011 engagiert sich Jenicke als Botschafter der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie und gehörte im selben Jahr zu den ersten Gratulanten für den Preis. Seit Dezember 2012 ist er Mentor der Wirtschaftsinitiative »Ethics in Business«. Hier unterstützt Jenicke mittelständische Unternehmen, die sich für ein faires und verantwortungsvolles Handeln gegenüber Umwelt und Gemeinwesen einsetzen. Als Gast und Unterstützer des Naturvision Film Festival wurde Jenicke und dessen Produktion Hannes Jenicke, im Einsatz für 2014 mit dem erstmals von der Festivalleitung vergebenen »Naturvision Film Festival Sonderpreis« ausgezeichnet. Im Januar 2015 engagierte er sich gegen die Pegida-Bewegung und seit 2019 für Frosch. Hannes Jenicke ist Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Auszeichnungen 2009 zu 26TH International Film Festival Agrofilm Nitra. Beste Dokumentation – Hannes Jenicke, im Einsatz für Orang-Utans 2009. Greenscreen – Internationales Naturfilm Festival – Sonderpreis der Jury für Hannes Jenicke, im Einsatz für Orang-Utans 2009. The Los Angeles Reel Film Festival – Bester Film Hannes Jenicke, im Einsatz für Orang-Utans 2010. Berlinale Nominierung – Kulinarische Kino für Hannes Jenicke, im Einsatz für Haie 2010. Ehrenpreis der Europäischen Brunnengesellschaft 2010. Naturwison – 2. Preis in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit für Hannes Jenicke, im Einsatz für Haie 2010. Shark Project – Shark Guardian of the Year 2010 für Hannes Jenicke, im Einsatz für Haie 2010. Diva – Deutscher Entertainment-Preis. Earth Award für Hannes Jenicke, für die ZDF-Dokureihe Hannes Jenicke, im Einsatz für Haie, Orang-Utans und Eisbären 2011. Bambi-Nominierung für Hindenburg-Bester Spielfilm 2011. Deutscher Fernsehpreis für Hindenburg-Bester Mehrteiler 2011. RTV-Preisverleihung – Wertvollpreis der Menschlichkeit 2011. Naturvision – Nominierung in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit für Hannes Jenicke, im Einsatz für Gorillas 2011. Nature Life Umweltpreis 2011. Ehrenpreis der Querdenker Awards in der Kategorie Film und Fernsehen für seine außergewöhnliche Natur- und Umweltschutzinitiative 2012. Steiger Award in der Kategorie Umwelt 2016. Umweltmedienpreis 2020 der Deutschen Umwelthilfe – Sonderpreis für sein Gesamtengagement im Umwelt- und Verbraucherschutz sowie für fairen Handel 2017. Auszeichnung als Greenbrand Germany Persönlichkeit 2017, 2018. Deutscher Fahrradpreis – Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2018, 2018. Hans-Karl von Kalowitz Nachhaltigkeitspreis – Nationale Kategorie 2019. Couragepreis 2021. Bildungspreis der Hochschule Ansbach 2021. Umweltschutzpreis Goldene Blume von Reit.